Augusto Monteroso, das schwarze Schaf In einem fernen Land lebte vor vielen Jahren ein schwarzes Schaf. Es wurde erschossen. Ein Jahrhundert später errichtete ihm die reuige Herde ein Reiterstandbild, das sich im Park sehr stattlich ausnahm, sodass fortan alle schwarzen Schafe, die auftauchten, umgehend an die Wand gestellt wurden, damit künftige Generationen gewöhnlicher Schafe sich ebenfalls in der Bildhauerei üben konnten.